und auf die null gedrückt da komme ich ja mal ich bin ein bisschen verzögert ja bildung ist nicht verkehrt also macht dann ja nicht immer zumindest meistens nicht ich habe zwei bornheim halt das zwei bornheimer ok du gehst da hoch ich kümmere mich immer um die beiden ich muss noch meinen wohlverdienten erfolg feiern hinter dir auch noch wollen sie es aber wieder wissen alter ich wurde sogar getötet ich habe nichts mehr gesehen alles war grün das sind dingen ja das ging ganz gut ab ja das war ein bisschen größenwahnsinnig von mir mann 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 also das mit der bornheim ich höre schon wieder wegen krächzen hier na gut haben wir das auch überstanden jetzt muss ich aber echt aufmerksam sein das haben wir ein problem da oben gibt es eine munitionskiste die wurde ich mir kurz falls ich da hochkomme auch die munition vorsicht vorsicht das war nötig ne ich das war man bin ich doof das ist doch gerade da wo du lang laufen sollst ja da ist die munition schön ich muss dir meine ersatz munition hier schnell versuchen ich komme ja hier gar nicht raus unten jetzt auch scheiße gucken das ist ja das war wirklich selten dämlich naja wenn es dir freude bereitet ne ja nicht ich habe eher gedacht so warte mal was geht denn hier ab hier nicht raus ist gut ich bin wieder draußen soja hier ist und die scheiße ist das brennt hier wieder so lange ne ja ach lass uns weitergehen drinnen war noch eine kiste die habe ich mir geholt ok ich habe zwar jetzt nicht volle munition jetzt habe ich volle munition dramatisch ok wenn das so brennt wenn diese kisten dann auch explodieren würden das wäre krass wegen munition aber ich finde es trotzdem übel wie lange die brennen das ja okay für die zombies gut wenn die da rein laufen die brennen ja dann auch auch guck mal hier ja aber du hast erst mal vorrat ich bin schon quasi voll also du kannst gerne zuschlagen ach siehst du da kann ich ja mal kurz hier den hier wegwerfen so ich kann nichts mehr mitnehmen alles voll ist immer gut ja auf jeden fall gerade munitionstechnisch also die 130er bornheim die ist echt gut also die hat auch richtig viel schuss das lohnt sich echt ja das finde ich auch die nehme ich auch gerne mit habe ich auch wieder mit einzige was bei mir immer ein bisschen blöd ist wenn ich die waffen wechseln will dann mal muss ich nach vorne mal muss ich nach hinten das rad drehen und dann komme ich ja mal durcheinander so hallo sie werden gemessen hat sehr gut aber das raum ist hier noch etwas drin außer spiel sind nichts gewesen das ist noch nichts nee hm 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 ja 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 hängt irgendwie noch so komisch in der tür ok alter das ist ja irgendwie es geht hier grad ganz schön ab ja und wie hast du diesen wagen hier die ganze zeit beschossen ja der war doch ein zombie vor mir der war so ein bescheuerter zombie da habe ich mal drauf rumgeballert aber ist irgendwie nicht umgefallen dann hat er mich noch ein bisschen angebrutzelt so oh nein jo super hinter dir vorsicht immer wenn ich nach lade ich glaube das haben sie ganz geschickt gemacht also du lädst nach und dann kommen sie angelaufen ja ich glaube auch und klar ist auch clever ne oh saatenmutter weggemacht ja gut das sieht auch ganz cool aus ich habe diesen perk genommen wo er manchmal wenn er nachlädt verliert er eine kugel ne mhm jetzt habe ich diesen perk da fängt er die aus der luft ab ah das sieht ganz witzig aus dann lädt er nach dann fliegt die kugel raus und der schnappt danach und lädt sie wieder zurück ah alles klar weil das ist ja äh meistens dass man die dann verliert sonst ne genau das ist auch bei der Bornhain ganz gut so jetzt muss ich auch langsam munition sammeln hier gibt es doch bestimmt irgendwo was hier gibt es doch bestimmt irgendwo was mhm oh ja hier gibt es ne kiste ah alles klar oh sehr gut oh ne kasse oh noch besser und hier ist auch noch ein bisschen munition mhm oh ja sehr gut oh 50 dollar ne das ist so besser als gar nichts das stimmt oh wo sind wir hier gelandet ich hatte gehofft dass es ja auch noch munition gibt aber mhm irgendwie sieht es nicht danach aus nö irgendwie ach naja ich wieder raus nö hier ist auch nichts in der ecke dann wieder raus genau es sieht schon wieder aus als wäre hier eine location irgendwie so ne mhm mhm ja da haben wir sogar schon gekämpft so so einen ollen Endgegner mhm bestimmt der schlechter oder so mhm oh spieler wird schon verbannt oh oh weil ich kann ja nach einem schlechter sehen oder mhm mhm okay aber sind ja beide Waffen Munition oder was ja ich hab geguckt ob da noch irgendwo was liegt aber ich vermute mal wir werden ja bestimmt unterwegs wieder was finden ich hoffe es mal so fast wieder ja das war aber nicht schlimm weil das trifft nur die Hunde das ist echt komisch wenn manche Gebäude da findest du gar nichts drin so ja das stimmt obwohl die immer so verdächtig aussehen hier gibt es auch nichts außer Heilung mhm mhm auf der Seite auch nicht ne ne dann wollen wir mal nach oben es ist wieder in einer Woche da sterben wir nicht so schnell genau ja und samstags hast du echt die ganzen Mega-Clans hier irgendwie war ich dir mal das Gefühl aber das war auch äh Samstag waren echt gute Leute unterwegs muss man echt sagen ne ja warte mal doch das war auch weit weg ja finde ich auch das hier gibt es bestimmt auch noch die ollen Teufel oder so mhm mhm hab ich eben auch gedacht oh und dann hier schön im Wasser rumkriechen mhm ja was hier am Wasser immer auch so haste ist es so langsam ne genau kommst gar nicht vorwärts hier müsste es doch bestimmt fett Munition geben mhm waren wir nicht hier sogar schon vorhin ja das kann sein auf jeden Fall hier drin ist jetzt der Hinweis ne ja hier ist Munition sehr gut ja ich löse mal schnell den Hinweis mhm doch beide nachgeladen ne die muss ich nur nachladen mhm mhm auch hier gibt's noch Werkzeuge oh sehr gut aber du kannst dich mal mitnehmen schade ja ich auch nicht mhm der nächste Hinweis ist in die Richtung ja die holen wir noch mhm dann mach mal den dicken mhm ja auf jeden Fall sammeln die Trophäen gehen raus und haben ganz viele Dollars ja ich glaube so wird's laufen oh nein was ist das denn hier für mich boah ich geh mal hier raus aus dem Wasser ja ich bin eben da auch erstmal über die Baumstämme gelaufen ist aber echt wenig auf der Map los ne also ich ja irgendwie schon kann ja sein dass mich gleich wieder einer erschießt weil ich so große Klappe habe aber ne das ist schon schon seltsam das könnte mir auch ganz schnell passieren mhm ja so echt wenn du irgendwo oben stehst und da laufen Leute unten lang ne ist das ja auch ratzfatz mal gemacht ja ach brauchst du Munition hier ist so ein Wagen in der Nähe ok kann ich ja mein da sind sie glaube ich die Wagen die 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 süd ach er wieder jo ach sehr gut die habe ich schon aufgemacht hier das kann ich nicht nehmen ok alles klar dann können wir ja das Ding lösen da drin mhm ja ist echt praktisch mit dem Wagen also wenn man mal gar keine Munition hat weiß man auf jeden Fall wo man nehmen muss ja das stimmt hier ist das hier gibt es noch mehr Munition oh wo ist denn der Hinweis jetzt irgendwie draußen oder was ist der hier hinter vielleicht ne der muss hier irgendwie drin sein ah hier ist er ah ok ist draußen der war aber versteckt ja der war wirklich versteckt sah so aus als wenn der im Gebäude war ja na gut dann nehmen wir das auch und jetzt können wir wieder eine halbe Kilometer über die Möcke laufen mhm ach so den können wir beide nicht nehmen ne beide voll mal gucken mal gucken den Dicken jetzt platt machen mhm wenn uns nicht Leute zuvorkommen wir sind ziemlich late irgendwie ja aber ich naja wobei ich dachte die wären schon alle von der Map aber mhm sind sie nicht obwohl kann ja trotzdem sein dass wir schon noch schneller waren als die anderen oh es kann sein dass die uns über den Weg laufen weil die nämlich in die Richtung raus müssen wo wir lang gehen oh oh letztes Mal war ja letztes Mal war ganz geil als wir beide Endgegner so nebeneinander hatten ne weißt du noch wo links der schlechter und rechts die Spinne oder so ähnlich er ist jetzt auch ziemlich ne mhm tja mal gucken ob wir den über den Weg laufen mhm da bin ich auch gespannt oh Hunde oh Gott ich glaube die sind hier ganz nah mhm links von dir jo da sind sie ok okay okay waren hier noch Hunde? ne das war's ne? ne ja aber du stehst ungedeckt da vorne sind ist es wahrscheinlich gegen da blitzt das Fett auf jeden Fall ja da müsste ja unser drin sein genau und dahinter sind auch die 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 anderen Trophäen tragen oh es hat rot geleuchtet oh das ist schön ich würde sagen wir sind Gegner hier sind Munition ist der hier unten der schlechte unter uns das nehmen wir an hier direkt in diesem Gebäude gegenüber oh ja ich wurde angeschossen ich habe ihn erschossen oh aber ich verziehe mich trotzdem schnell weil ich weiß nicht wie viele da sind und ich wurde verletzt okay Arschgesicht ja ich wurde auch erschossen ja ich weiß die laufen da gerade durch ich habe ihn erschossen oh sehr gut Vorsicht rechts kommt ein Dicker hat er echt übel ich dachte das war ein Zombie da unten ne scheiße ich bin ja auch blöd ah da ist er aber ich sehe das auch ganz schlecht oh jetzt kommt der scheiß Zombie hier an ich habe nur noch zwei Schuss oh schick angezogen Munition ah hier gibt es aber nein das ist falsch hm Vorsicht der Dicker ist hinter dir nee das ist der unten der ist nicht so dramatisch okay was ist der denn jetzt ist er weiter gerannt ne oh alter scheiße ich habe ach da unten ist er so den habe ich ja auch erwischt alter nicht schlecht noch einen eigentlich dann gehe ich dich mal wieder belegen jetzt ich hoffe mal dass die jetzt tot sind alter kann man die alle wegblendern und dann können wir auch deren Trophäen nehmen hm geil drei Stück hast du platt gemacht ne ja ich gehe mal hingucken vielleicht sterbe ich jetzt aber diese Mosin schießt du hm ich war das diese komische Mosin Nagant die ist echt äh ja doch die sind beide tot hier okay dann komme ich mal in deine Richtung ich habe eine Trophäe aufgenommen achso vielleicht zünderst du die zuerst am besten hm es könnte sein dass hier jetzt Gegner kommen yo 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 check the flow hier ist er ne so hier ah hier genau den kannst du gleich plündern plündern den hm und dann gibt es hier noch einen zweiten was ich geil finde dass wir jetzt die Ansicht von denen auch haben wie meinst du das ich habe jetzt äh da wo ich die Trophäe eingesammelt habe hab ich jetzt 5 Sekunden wo ich gucken kann ach so ja es wird geballert hier hast du das gehört hm ich gucke mal wo die sind na gut eigentlich kommen wir raus ja 3 stück sind da oh ja und da müssen welche sein also laut meiner Sicht ja lass uns abhauen jo würde ich auch sagen weil dann können wir ja mit Trophäe rausrennen und du hast viele platt gemacht das ist schon mal gut ich habe auch nur noch einen Schuss oh man 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 ey ich glaube diese Nagant äh die ist auch beschiss weil eigentlich ich habe ziemlich weit daneben geschossen teilweise und die trifft einfach mhm das ist wahrscheinlich auch so ein Fake wie damals bei Battlefield wenn du äh und wie fett Kohle ausgibst dann ist die Trefferrate besser ja obwohl der da immer daneben schießt genau ja hat sich an wie bei Bundeswehrs G36 du kannst auch um die Ecke schießen mit ey wir haben es geschafft oh guck mal die Hotte Hüchens hier yo sehr gut ja ich gut Untertitelung des ZDF, 2020